Es ist verwirrend, es ist blöd und naja. Aber es gibt ja jetzt in Deutschland auch den Amazon Fire TV. Hui, da fällt das iPad um. Also hier Fire TV ist eine kleine Box, ungefähr von der Größe von dem Apple TV, etwas flacher, etwas größer. Steht Amazon drauf, hinten hat es Anschlüsse, Strom, HDMI, optisches Audio, Ethernet und USB. Und den gab es Anfang des Monats, nee, vor zwei, drei Wochen oder so haben sie Vorbestellungen gemacht für 50 Euro. Regulärer Preis sind 100 Euro. Und die machen da eine Demonstration, was hoffentlich bei Apple im Keller schon existiert. Weil das wirklich sehr, eine sehr, gut, also nicht alles, nicht alles. Manche Sachen, da blättert es einem die Fingernägel nach hinten um. Zum Beispiel das Willkommensvideo. Ich weiß nicht, ob ihr das mal online irgendwo gesehen habt. Wenn ihr nicht, dann bitte nicht. Das ist ganz schlimm. Okay, das muss ich unbedingt schauen. Dieses Männchen. Dieses furchtbare Männchen, das sich da... Ich muss auf der Stelle dieses Video hören. Ein viel zu gut gelauntes kleines Männchen, das dir ungefähr erklärt, was du mit dem Ding tun kannst. Was du aber wirklich nur ganz schnell beenden möchtest. Du kannst es danach nochmal angucken, aber einmal ist wirklich schon zu viel. Und ich glaube, es sollte so irgendwie so süß sein, so Amazon ein menschliches Gesicht verpassen. Aber es ist eine grässliche Cartoon-Fratze, die dich da... Man will das nicht sehen. Das ist nicht gut. Aber auch der Initial will ein Update laden, das dauert ein bisschen lange. Das war... Weiß nicht. Also es hat am Anfang so kurz geholpert. Aber sobald es mal läuft und du dieses Video überstanden hast, ist es recht flüssig. Es reagiert alles in unglaublicher Geschwindigkeit. Also das war keine Übertreibung bei der Präsentation. Man merkt, dass da ein schneller Prozessor drin ist. Man merkt, dass Amazon seine Server unter Kontrolle hat. Man merkt, dass das nicht der lahme App Store ist, der dahinter steckt von Apple, sondern der fixe App Store von Amazon. Das heißt, du klickst auf so eine Gratis-App und die sagt so, Queuing, Downloading, Installing, fertig. Und das ist halt wirklich fix und das ist so nicht dieses Kringeln und Passwort eingehen, ganze Quatsch, sondern das funktioniert recht flott. Und was du dann damit hast, ist natürlich die Möglichkeit, sehr, nicht sehr viele, aber auf einige von den Android-Apps, die dort eben auch laufen, zuzugreifen. Das heißt, von Haus aus hast du da direkt Zugriff auf Android-Versionen von ARD und ZDF, Mediathek und Arte und manchen von den Dritten. Und diese Apps, die sind jetzt allesamt keine Kandidaten für die Design Awards oder sowas, aber sie funktionieren und sie spielen in einer flotten Art und Weise die Medien-App, die dort zur Verfügung stehen. Auch wieder mit den dummen Einschränkungen, Tatort nur ab 20 Uhr, weil Deutschland und so, aber das ist trotzdem sehr schön.